Ah, hmmm, so! Au, das war ein bisschen laut, das Klatschen. Anyway, hello, neue Podcasts, Solo, viel gute Folge. Schön, hört ihr, ich hoffe, es geht euch gut, ich hoffe, ihr fühlt euch gut. Habe ich mir sowieso schon mal überlegt. Und zwar, ich frage immer meine Gäste, was sie machen, um sich gut zu fühlen. Ich fände es sehr schön, wenn ihr mir das auch mal mitteilen würdet, ja, dir da aussen. Und zwar auf podcast.scholvomutzenbecher.ch Ich habe aufgrund der Antworten meiner Gäste schon sehr viel Inspiration ziehen können und gewisse Sachen implementieren. Und es hilft tatsächlich. Darum nimmt es mich auch von euch Wunder. Und wenn ihr das macht, dann könnt ihr vielleicht auch Tickets gewinnen. Weil unter allen Mails, die ich kriege, verlose ich jeweils pro Folge sozusagen zwei Tickets für eine Show nach Wahl. Ist ja beim letzten Jahr schon passiert. Dort haben wir vier Leute, die habe ich jetzt hier in so einer Zettel. Und am Schluss, ich habe sie schön zusammengelegt, am Schluss werde ich eins von diesen vier Zettel ziehen und die Person gewinnt dann zwei Tickets für eine Show nach Wahl. Das machen wir am Schluss vom Podcast. Neue Mails sind momentan noch keine gekommen. Darum werde ich ja keine beantworten können. Aber ich kann euch ein bisschen erzählen von meiner letzten Woche. Vor allem vom 1. Tag. Also der Donnerstag ist eigentlich so ein bisschen das prägendste gewesen letzte Woche. Obwohl wirklich viel passiert ist. Also am Mittwoch haben wir Comedy im Balz gehabt. Zum drittletzten Mal. Fühlt sich speziell an, weil man merkt also bei allen Beteiligten, dass es so langsam aber sicher eine Ära zu Ende geht sozusagen. Und ich freue mich jetzt schon riesig auf die letzten zwei, die wir noch haben. Jeweils den letzten Mittwoch vom Monat. Vor allem die allerletzte wird natürlich nochmal ein absolutes Highlight. Viele Special Gäste. Und mehr kann ich jetzt eigentlich auch noch nicht sagen. Ja, das ist am Mittwoch gewesen. Sehr schön. Und dann Donnerstag ist der grosse Tag gewesen. Donnerstag hat nämlich mein guter Freund Charles Nguela. So sagen wir auch auf der Bühne. Ähm, Premiere hatte mit seinem dritten Solo. RESP City. Und ähm, das ist ja also eine ewige Covid-Geschichte. Ähm, weil, wann hat er Premiere gehabt? Ich glaube, irgendwann Anfang 2020. Also so Anfang, irgendwie so Spät, äh, Spät, äh, Spätwinter, Anfangs, Frühling. Irgendwann dort rum. Und dann hat sich alles sehr rasant entwickelt. Dann ist es geschoben worden auf den Herbst. Und dann ist es nochmal geschoben worden. Und so weiter und so fort. Ja, also irgendwann, jetzt hat er es endlich gehabt. Nämlich 30. September letzten Donnerstag. Und, äh, das allererstes Programm ist, äh, sensationell. Ich habe die letzte Premiere schon gut gefunden. Und, und die Premiere ist ja, äh, immer nur ein Stück weiter geradmesser. Weil ein Programm sich immer noch viel weiterentwickelt. Aber, ähm, das ist letztes Mal schon sehr solid gewesen. Hm, sorry. Ich habe wirklich irgendeinen Frosch im Hals. Hm, hm, hm. Und ein Schluck Wasser. So, jetzt ist es glaube ich wirklich gut. Ähm, ja und auf jeden Fall ist, äh, die Premiere jetzt. Ähm, schon super tight gesehen. Riesen dicht an Lacher, logischerweise. Aber auch einfach, äh, seine Performance ist, äh, einmalig. Ähm, in der Schweiz, definitiv. Also, das ist, äh, Energie. Das ist, äh, ja. Die Alli haben sicher schon mal den Charlie irgendeinen gesehen. Aber, könnt ihr das Programm schauen. Es ist der Shit unbedingt, ja. Und wenn ihr eh schon Tickets kauft für sein Programm, kauft doch gerade noch für mein's. Ähm, das ist etwa ähnlich oft gestern. Wie sind sie jetzt, obwohl ich vor einem Jahr Premiere hatte? Es ist immer noch neu. Es ist immer noch neu. Ähm, es ist brandneu sogar. Ja. Weil es ist so ungespielt. Das heisst, wenn ich dann, äh, wieder loslege. Was ist es? 14. Oktober. Meine einzelne Shows haben wir leider mussten schieben. Aber 14. Oktober definitiv in Bern. Die Woche darauf in Basel. Und nochmal knapp eine Woche darauf in Zürich. Und dann geht es weiter auf, äh, äh, was ist es? Wien ist Torf, äh, Äh, Aarau, Luzern, Seve, Schweiz, und so weiter und so fort. Ja, also, äh, kauft doch auch noch für Minishow-Tickets. Weil, ähm, ich hatte schon gesagt, eine Bar haben wir müssen verschieben. Und, äh, es ist ganz simpel. Wenn keine Tickets gekauft werden, muss eine Show abgesagt werden. Das heisst, wenn ihr vorhanden, eine Show zu schauen, sage ich jetzt für alle Menschen, wo irgendetwas, äh, in der darstellenden Künste machen, dann kaufen die jetzt ein Ticket. Ja, selbst wenn die Show verschoben wird, das Ticket haben die dann schon. Fürs neue Datum werden die sicher auch Zeit haben. Äh, äh, ansonsten gehen das weiter. Schenken die ein bisschen Freude. Weil, wenn Tickets gekauft werden, dann weiss man auch, dass man eine Show durchführen kann. Das ist so eine kleine Grundregel. Und die ist, äh, nach der Pandemie, während der Pandemie, wie auch immer, äh, sehr spürbar. Ja, darum, wenn jemand vorhat, eine Show zu schauen, dann kauft doch schon mal Tickets. Damit man auch weiss, dass es jemand vorhat. Ist, äh, sehr einfache Rechnung. Ähm, yes, das zum Mal anfangen, ähm, wegen dem letzten Donnerstag. Also, um Charlieses Programm ist Bomben. Aber, was für mich viel prägender gesehen ist, ist, ähm, wo, äh, meine Freundin und ich, äh, zu dem, zu dieser Premiere gelaufen sind. Und zwar haben wir gefunden, super, das ist ja beim Plaza Club laufen wir die Langstrasse da ab. Und, äh, die Langstrasse in Zürich wird ja der meiste Begriff sein aus verschiedenen Gründen. Aber, ähm, es ist, es ist sehr viel in sehr kurzer Zeit passiert, ja. Also, man hat alle Welten aufs Mal gesehen, äh, von Menschen, die im helllichten Tag an der Wand urinieren. Ja, ne, das ist wirklich gerade passiert, ähm, als ziemlich erstes. Bis zu einem sehr natten Herr, wo wir so vorbeigelaufen sind. Dann hat so ein ganz, ganz kleines Baby, hat er so, äh, in so einer, wie nennt man das? Brusttasche? Also, nein, es ist nicht eine Brusttasche wie beim Hemli. So ein kleines Baby habe ich auch nicht gesehen. Aber halt so eine, ja, ich, ich habe keine Babys. Darum weiss ich nicht, wie das heisst. Auf jeden Fall das Baby hangt so bei ihm vor der Brust, ja. Ähm, und irgendwie, ich habe einen Kopfhörer, hat er den. Und, äh, warnt mir so vorbeigelaufen, sagt er so, hey, Joel. Und ich so, ja, ich lasse gerade deinen Podcast. Und ich so, ah, geiles Sie, ich danke vielmals. Und dann hat er gesagt, mit wem, und dass er die Folge nicht so gut findet. Und dann hat er gesagt, ja, vorn habe ich da mit dem Devin gelost, habe ich besser gefunden. Und dann habe ich so gemerkt, ich glaube, der läuft einfach mit seinem Baby rum und hört meinen Podcast. Perfekt. Also, zum, was ich immer schon gedacht habe, im Autofahren, äh, zum Autofahren, zum Daheimhaushalt machen, waschen, ähm, so Sachen. Kann man auch, ähm, zu meinem Baby rum spazieren, meinen Podcast hören. Das war ein kleiner Tipp. Dass ich auf der, äh, lustige Begegnung sehe. Darum, falls du den hörst, äh, geiles Sie, ich danke vielmals, dass du hörst. Äh, aber, das grosse Highlight kommt ein paar Meter weiter vorne. Sorry, dass ich jetzt schon lache. Äh, ich kann einfach zu allerst sagen, es geht allen gut, ja. Das ist immer wichtig, wenn man so eine Geschichte anfährt. Weil, ohne Scheiss, wir laufen so, und dann macht es aus dem Nichts, wirklich so, bumm, 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 bumm. Und, wie im Film, sehen wir, wirklich gerade vor uns, einfach direkt vor uns, wie so eine rote Mercedes, einen Fussgänger mitnimmt, ja. Vielleicht nur einen halben Meter, aber er nimmt ihn schnell mit, auf der Motorhubi, wie im Film. Er geht so, auf die Motorhubi, und danach geht er so ein bisschen runter, ja. Also, an den Boden. Und es ist wirklich eins nach dem anderen passiert, klassisch, so seitlich, irgendwie auf der Hüfte, irgendwie aufgelesen, auf die Motorhubi kracht, und dann hat es so runtergerutscht. Und mir so, oh, shit, nein. Und dann sehe ich den dort liegen, und Menschen glauben mir nicht, dass mir immer so Sachen passieren. Aber natürlich kenne ich die Person, weil es ist der fucking Moritz Schädler gewesen. Sorry, dass ich schon wieder lache. Ach, das ist so. Meine Freundin sagt so, ach, das ist ja der Moritz. Und ich sage ja, logisch, es ist der Moritz. Was, was sonst, als einer mit einem Vokuhila und einem Schnauz, könnte auf der Langstoss angefahren werden, als der Moritz Schädler. Also, es ist ja wie logisch, dass der dort ist, ja. Und ich habe wirklich, ich habe in den Moment, wo ich denke, der dreht einen Sketch, oder so. Oh mein Gott. Und, ah, aber irgendwie liegt er dort dran, er steigt gerade aus, aus dem Mercedes. Und so, ah, sorry, der Moritz gibt ihm so eine Fistbomse. Ciao, Moritz. Und dann hat er wieder mal angesessen, danach hat irgendwie kommen so ein paar Leute, ist alles okay und so. Er hat uns noch nie mal gesehen. Und, ähm, äh, einer bringt irgendein, irgendein Glas Wasser raus und danach hat, sagt er mir jetzt irgendwie so, ja, er hätte vorher schon Rückenwege gehabt, darum weiss er nicht, ob das jetzt denn durch den Unfall beeinflusst ist. Und der andere sagt, ja, also ich gebe dir meine Kontaktdaten. Und der andere sagt, sie müssen unbedingt, dass die Polizei melden, falls sie irgendwie, äh, später Schaden haben. Und in diesem Moment rockt schon, äh, zieht die Polizei um die Ecke, so, hallo, wir haben alles gesehen. Ähm, und, ähm, ja, äh, schnell alles okay, was ist passiert? Sie dürfen hier nicht durchfahren. Das hat eigentlich schon vorher, hat der Autofahrer so halber angeschraubt. Sie dürfen hier nicht rechts abbiegen. Und also, ja, sorry, es ist irgendwie die eine Strasse gesperrt gewesen. Und dann hat er rechts gedreht, wo er es gemerkt hat und hat natürlich nicht mehr geschaut. Der Moritz auf dem Fussgangerstreifen, big green, äh, angefahren wurde. Darum wirklich eine kleine, kleine Message dazwischen. Ähm, auch wenn ihr auf einem Fussgangerstreifen seid, schaut. Schaut links, rechts. Ähm, ich, ich weiss, dass man verleitet ist zu sagen, äh, wenn etwas passiert, das ist ja die andere Person schuld. Aber dann ist trotzdem etwas passiert. Also, das ist vielleicht nicht ideal, ja. Und, äh, Menschen sind unachtsam. Äh, in dem Fall hat er, glaube ich, wirklich gar nichts gesehen, weil er hat sich so auf die Führung konzentriert. Und dann merkt er, oh shit, vorne ist gesperrt. Wirklich mit so einer Abschrankung. Ja, muss ich nach rechts. Und dann passiert es halt schon, ja. Ähm, und auf der anderen Seite, Menschen in Autos, ja, äh, zähle ich mir auch dazu, unbedingt achtsam sein, nicht auf dem Handy irgendwie noch rumtippen und, und so Sachen. Weil es passiert so schnell und, und irgendwie, ich glaube, das will niemand, ja. Es will, äh, niemand, dass das passiert. Und man will auch nicht damit leben nachher. Und, äh, yeah. Also einfach nicht ideal. In dem Fall ist Moritz aber, glaube ich, einigermassen okay gegangen. Er ist, er ist ein bisschen unter Schock. Und dann hat, sagt, äh, die eineinige von der Spitalpolizei so, ja, sie müssten unbedingt jetzt ins Spital. Weil ich habe früher, ich habe früher in der Pflegeschaft. Und, ähm, wenn, ähm, wenn etwas jetzt bei ihnen würde rauskommen in ein paar Tagen, dass sie irgendwie noch eine Langzeitfolge haben, oder wie man das immer nennt, oder später schaden, dann ist auf einmal niemand mehr verantwortlich. Und dann der Moritz so, okay, in dem Fall. Und dann sagt er uns, in dem Fall sagen zum Charlie ein Gruß. Ich kann nicht an die Premiere gehen. Er musste nur noch über die Strasse laufen, er war dort gewesen. Und, äh, mir durch das auch gewusst, irgendwie, er ist gut aufgehoben, weil er wieder ins Spital gefahren, vor der Sittenpolizei, also direkten Fahrservice. Und, äh, darum sind wir dann, mit leichtem Schock sind wir, sind wir an die Premiere. Und dann habe ich gemerkt, wie ich reagiere unter Schock, ja. Also, bitte nehmt mir das nicht übel, falls ihr mich mal unter Schock seht. Ähm, ich kriege einen wahnsinnigen Lachanfall. So, wie ich auch jetzt noch muss lachen. Aber, nicht, nicht aus Schadenfreude, sondern einfach, weil die Situation so fucking absurd gewesen ist. Und, und, und wirklich, mein erster Gedanke ist gesehen, logisch ist es der Moritz. Einfach, weil der Gedanke in meinen Kopf hineingekommen ist. Jemand wird auf der Langstoße angefahren, logisch ist der Moritz Schädler. Who else? Ja. Und, dass ich gemeint habe, er dreht ein Sketch. Weil es hat wirklich auch ausgesehen wie ein Sketch. Oh mein Gott. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen unter Schock zum Plaza-Club gelaufen. Dort ist er gegenüber der Sushi-Place, wie heisst er, Negishi ist dort. Dann sind, äh, der Marco Fritschi und der Nick Hartmann sind gerade noch am Sushi essen, weil die haben gemeint, die Premiere ist am 8. Sie ist aber schon am 7. Das heisst, sie haben extrem schnell müssen Sushi essen und, äh, dann haben wir noch einen Schluck, einen Schluck Bier gekriegt vom Fritschi, um den Schock so ein bisschen runterzuspielen. Und, äh, dann sind wir effektiv an der Premiere, ja. Der wahrscheinlich mittlerweile fast beste Freund von Moritz, ich weiss nicht genau, was der, ihre Beziehung ist, aber der Matteo, ja, auch schon im Podcast gesehen, macht ja den Podcast mit Moritz zusammen. Der ist halt dort gesehen und wir sagen ihm so, hey, der Moritz ist angefahren worden und er, aha, aha, tut er jetzt dann noch euch in seine Lüge mit einbeziehen? Hat er es nicht einmal glaubt? Weil, eben, genauso wie ich denke, logisch wird der Schädler angefahren, denkt er, logisch schreibt mir der Schädler, ich bin angefahren worden und darum komme ich nicht an die Premiere. Superschlechte Ausrede, einmal mehr ein Joke vom Schädler, ja. Der Schädler ist dann auftaucht, ich glaube, in der Pause ist er gekommen, nachdem er beim Spital abgecheckt worden ist, alles okay. Und, ähm, und dann ist er einfach nur groastet worden von Matteo. Also, wirklich sehr schöne Freundschaft, die die beiden haben. Nicht einmal, nicht einmal in, in Krisenzeiten, wenn, deine Gesundheit gefährdet ist, wirst du von deinem besten Freund Ernst genommen. Das ist, äh, das ist, äh, ehrlicherweise bin ich auch verreckt von Lachen, also, es ist ja ziemlich, ziemlich intensiver Oben gewesen, ja. Entsprechend, äh, mir ist ja der Schock ein bisschen verdauen und da habe ich auch wieder mal gemerkt, auch wenn ich in dem Business schaffe und natürlich jetzt, äh, extra Werbung mache, äh, Comedy ist eine perfekte Form von der Verarbeitung, sage ich immer wieder, ist es für mich ja privat, einerseits, weil ich irgendwie meine Gedanken irgendwie sortiere, die Aufschreibe und dann wieder mit denen auseinandersetze, also für mich ist es ja, äh, klare Selbsttherapie, aber, ähm, auch, äh, als, als Zuschauerin, extrem, ja, weil, wir sind unter Schock gewesen, hocken da drin, der, der Sven hat, äh, hat Support gespielt, absolut killt schon mal, zwei Minuten, und, und dann bist du auf einmal, bist du auf einmal in einem anderen Mood, kannst, kannst du ein bisschen, Sorgen vergessen, dort habe ich ja noch nicht gewusst, wie es dem Schädler effektiv geht, ähm, sondern ich habe gewusst, er geht zum Check-up, ja, und, und, äh, irgendwie hat es, äh, unglaublich gut getan, und darum sage ich es immer wieder, liebe Leute, Live-Comedy ist einfach sensationell, zum, äh, den Alltag zu vergessen, im positiven Sinn, ja, man muss natürlich sich mit gewissen Sachen beschäftigen, das ist völlig klar, aber, hey, so zwei Stunden, zwei Stunden kann man ja mal abschalten, oder, und das kann man viel mehr, merke ich immer wieder, ähm, ist ein bisschen Thema gewesen, mit dem, äh, mit dem Aaron, äh, im letzten Podcast, so, wenn man zu Hause irgendwie ein bisschen Netflix und so, das ist nicht das Gleiche, dann, dann kannst du immer wieder mal Pause machen, dann stehst du mal auf, äh, holst du noch irgendetwas zu essen und so, und, und bei einer Comedy-Show, da wirst du im positiven Sinn, einfach mal zwungen, für vielleicht dreiviertel Stunde am Stück, vielleicht eine Stunde am Stück, einfach mal schnell dort sitzen, und, und in eine andere Welt einzutauchen, ja, und Stand-Up Comedy finde ich eh perfekt für das, weil, ähm, weil es einfach, äh, so eine pure, äh, so eine pure Kunstform ist, aber logischerweise finde ich Stand-Up geil, weil ich mache es ja auch, und, ähm, darum, wirklich, wirklich geil an oben gesehen, äh, plus einfach so klassisch, äh, ich, ich kriege so Sachen irgendwie einfach immer vor, vor die Füße, ja, also in dem Fall wirklich keiht er vor die Füße, es ist fünf Meter von uns entfernt gesehen, und, ich weiss nicht, warum mir immer so Sachen passieren, aber, mein bester Freund hat das sogar mal in einem Interview gesagt, er hat gesagt, im Scholl passieren einfach immer so Sachen, ähm, und darum ist er wahrscheinlich auch auf der Bühne und erzählt hier, das ist wirklich so, genau so wie, ähm, bei meinem Nachbar damals ausgebrochen worden ist, weil er neben dem Gefängnis gewohnt hat, weil, äh, mein drittes Programm gesehen hat, kennt die Geschichte, die ist auch, zu 100% war, und es ist genau so passiert, äh, halb Idiot, könnt ihr mal schauen, wenn ihr wollt, äh, wir haben neben dem Gefängnis gewohnt, und irgendwann haben die Insassen gefunden, ah, wenn wir einen Tunnel graben, sind wir irgendwann über der Küche vom Nachbar, und dann können wir dort einfach gemütlich ein Loch in die Decke machen und rausspazieren, und ich bin der erste gesehen nach ihm, wo er das gesehen hat, noch vor der Polizei, genauso wie da, auch noch vor der Polizei, oder zumindest zeitgleich wie die Polizei, habe ich gesehen, wie der Schädler angefahren wird, eine Geschichte, wo ihm anscheinend nicht einmal so jemand glaubt, ja, das heisst, er braucht noch Zeugen, und auch dann, glaubt zumindest der Matteo ihm nicht, sondern er findet, wir werden da in seine Lügen mit einbezogen, so, das, das ist der Donnerstag, frittig, bin ich dann bei dem Kollegen von Blue zu Gast gesehen, für die Sendung Weekend on the Rocks, heisst das, sehr schön, sehr schöne Sendung, mit der Vanya Specha, und, hätte Spass gemacht, hätte Spass gemacht, grossartiger Clickbait-Titel, der nachher auf der Seite von Blue News, oder wie es auch immer heisst, mit dem Zitat von mir, ich hätte eigentlich tot sein müssen, ja, sehr dramatisch, ich habe von meinem Blinddarm geredet, und es ist ein mittelmässiger Witz gesehen, also, nicht allzu ernst zu nehmen, hat mir aber wieder mal gezeigt, wie mittlerweile, Medien, oder mittlerweile, wie, schon immer, Medien funktioniert haben, bin ja selber auch, ähm, davon betroffen, so ist es ja nicht, und, und weiss, wie man, ähm, vielleicht ein bisschen mehr Klicks holt, et cetera, hey, auf jeden Fall, das, äh, dann durch den Freitag gesehen, und, ähm, Sonntag, also gestern, jetzt, wo ich das aufnehme, äh, bin ich am Go-Kart fahren, Weltklasse, sehr, sehr geil gesehen, es hat Piste in Strömen, und, ähm, ich bin, ja, gar nicht mal so gut gesehen, sprich, im ersten Run, ähm, sind wir, was sind wir dort gesehen, irgendwie, 15 Leute oder so, gute Gruppe, im ersten Run, bin ich, Vierter geworden, nach der Seite, um, irgendwie, 700stel, ah, knapp nicht auf dem Treppchen, und, und nachher, ist es nur noch bergab gegangen, nachher bin ich irgendwie, achte gesehen, im zweiten Run, und dann sind wir nur noch zu fünft gewesen, für den dritten Run, und dort, ähm, für alle, wo schon mal Go-Kart gefahren sind, draussen, ist eh schon mal spezieller, und, äh, bei Vollschiff, ist es nochmal spezieller, ja, und dort ist wirklich einfach nur noch Dreck gesehen, aber es hat, äh, sehr Spass gemacht, bin nur mit, mit meiner Leistung an sich, bin ich nicht so zufrieden, ja, jo, das so ein bisschen Update, eigentlich hauptsächlich die Geschichte vom Schädler erzählen, das ist für mich natürlich, ähm, im, in allen möglichen, äh, 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 das Highlight gesehen, von der letzten Woche, zusammen mit der Premiere von Charlie, wo, wo ich schon gedacht habe, dass sie gut wird sein, aber, äh, nochmal on top positiv überrascht, wie sensationell es gewesen ist. Also, das sind die Updates, jetzt, äh, ähm, würde ich euch noch schnell GewinnerInnen ziehen, von den letzten Mails, schreibt bitte neu, podcast.jol von mutzenberger.ch, es gibt da noch ein bisschen Soundeffekt, für, eins von diesen vier Zettelchen, würde ich jetzt, mir entscheiden, nämlich das da, und gewonnen hat, zwei Tickets für eine Show nach Wahl, Jasmin, ue, ue, herzliche Gratulation, liebe Jasmin, falls du das eh gerade hörst, äh, geh auf meine Webseite, schaue meine Daten an, unter, äh, Shows, sieht man, wo ich überall spiele, kannst irgendeine aussuchen, und mir sagen, ähm, dass du die willst schauen, und dann tue ich dir für die, zwei Tickets reservieren, funktioniert für Solo, funktioniert aber auch für andere Shows, ja, ähm, falls du es nicht hörst, werde ich mich in ein paar Tagen bei dir melden, so einfach, und dir dann das nochmal schreiben, was ich jetzt hier allen sage, um ein bisschen, Zeit zu schinden, nein, sondern einfach zum Informieren, das könnte auch euch passieren, schreibt eine Mail an, podcast.joel.com mit einer Frage, Bemerkung, zum Beispiel, Bemerkung, ähm, was die ihr machen, um euch gut zu fühlen, ja, würde mich sehr freuen, das war es gesehen, äh, vor der Solo-Folge diese Woche, und, ähm, kommen wir vorbei, eine von den Shows, zum Beispiel, der Freitag, äh, bin ich in Sargans, Music and Comedy Night, zusammen mit dem Patrick Scott, ich behaupte, das ist die Show mit den besten Haaren der Schweiz, ja, seine Frisur und meine Frisur zusammen, das ist, äh, das ist wirklich schon Champions League, und, äh, ab nächste Woche, Solo-Termin, in Bern, Basel, Zürich, und so weiter, und so fort, äh, Swiss Comedy Night in Amme, haben wir auch noch, Stand-Up Comedy Show in Zürich, im Bernhard Theater, alles in der nächsten Woche, das war's gesehen von mir, am Freitag, neue Folge, äh, dann mit, ja, wirklich, mit einem sehr tollen Gast, hab ich schon mal gehabt, das kann ich sagen, sowieso, mal ein paar gute Gäste im Line-Up für die nächsten Folge, okay, definitiv fertig gelabert, Jasmin, Gratulation, und, äh, euch da allen, gute Woche, seht ihr lieb zueinander, bis bald, Peace! Peace! Peace!